Ein Wurf David, der war nicht schlecht. Bis zur Endzone. Sebi, sebi, sebi. Zack, haben wir aber noch nicht drin. Haben wir aber noch nicht drin. So, jetzt da noch mal, jawohl, das war gut. Jetzt, jetzt da. Da geht er, da geht er kurz hin. Jetzt war's. Ende oder noch ein Punkt?